ei gute und herzlich willkommen zurück auf der alten stein wir sind fleißig am mistladen und ich habe noch mal unsere felder gestriegelt dass das unkraut nicht durchkommt wenn wir schon nicht rechtzeitig walzen konnten muss man gucken dass unsere ja kleine eicher ich weiß du musste ich quälen dass wir unsere gewächshäuser am laufen halten die sollen wir hier noch mal ordentlich produzieren im laufe des tages dass man noch mal verkaufen können vielleicht reicht es ja noch mal für ein feld also sind wir nächstes jahr etwas besser aufgestellt futter technisch also schön dass die glocken leuten aber hier 20 vor 1 muss die kirche eigentlich keine glocken mehr leuten ihr seht wir brauchen allerdings den allrad um voranzukommen gut wir haben auch noch die pflegereifen drauf aber ja so dann schmeißen wir das mal gleich rüber zu den gewächshäusern dass die noch mal gas geben können also hier im november noch mal einen schönen ertrag kriegen einmal hier oben und durch wie gut dass mir hier keine schlangenlinien gefahren müssen unser schöner grasschnitt ich habe extra das silo genommen weil das andere hier doch noch etwas verpackt ist da fliegt das gras das sehr sehr gerne raus aber gut gibt schlimmeres so na mag er kein mist hier haben doch wollte gerade sagen ja heute später regen der kann weg bleiben heute kann es ruhig noch mal schön bleiben hier würde uns hier sehr gut in die karten spielen und hier fitnessstudio alten steine gott sei Dank haben wir hydraulische lenkung sonst hätten wir dicke oberarme so und wenn wir schon noch gerade die schaufel die schaufel soll schon die gabel dran haben holen wir uns noch einen strohball für unsere kühe hier ist ja nur abkippen nee wir wollen stroh oh ja kannst ruhig einen großen raushauen ein ballen ein ballen ach guck mal an hier unsere ölrettichsäcke sind auch wieder aufgetaucht die in den boden geklitscht sind na wer sagt es denn dann legt man die gleich noch mal zu unserem saatguthaufen die sind mir irgendwann in den boden geklitscht aber ihr seht gutes haus verliert nix alles taucht wieder auf früher oder später hoffen bloß dass es Saatgut noch bis nächstes jahr hält ja hier sieht es noch ein bisschen wild aus aber Saatgut hier alles gebunkert so schafft er das jetzt ohne gewicht ja eigentlich sollten wir nicht absteigen und uneigentlich doch so kann man hier rum da kann man doch eigentlich meine schön geradeaus reinfahren wenn wir hier rum kommen mit dem Ball ja der Pfosten steht noch ja kann man hier reinfahren na eigentlich kurbel hier aber jetzt kann man rein was ihr an Stroh braucht hier unsere Kühe ja bei einem Schwein mehr haben wir nicht gucken wir mal wie wir bei dem Winter kommen Stroh fällt kaum ins Gewicht dann hoffen wir dass nächstes jahr hier Entschuldigung dass wir nächstes jahr eine bessere Ernte kriegen tanken tanken die Rehe ja ja ey die fühlen sich hier doch schon heimisch was die hier überall immer im Hof rum hubsen so aufgedankt haben da macht man ja noch glatt eine Ration Mischfutter wovor man das vergessen steht ja auch extra schon der Mischfutterwagen hier ja so was wollen wir denn alles haben dann gib uns doch mal Stroh Gras ne auch Gras haben wir eigentlich auch viel das ist doch Juti dann können wir den auch mal Gras noch reinschmeißen so zwei Baller Gras wir bräuchten Heu kein Rundball ne da schmeißt du uns mal vier raus die können wir wenigstens von Hand tragen also schön dass man hier die Größen auswählen kann ne Rundballen wollen wir nicht ach Silage kann man gar keine kleinen Ballen machen ok und schaffst du uns jetzt noch Stroh raus zu liefern ey ganz so kleine Quaderballen wollen wir nicht hier da sollte ich mir auch irgendwann merken wie die Zusammensetzung für unseren Futter Mischer ist naja alles hat er nicht raus da ist zu wenig Platz dann nehmen wir jetzt erstmal das Heu das sind ja Gott sei Dank die kleinen Ballen haben wir heute einen Kurbeltag also irgendwie brauche ich noch einen Futter Mischer mit Drehscheme dann mit dem dann da hinten rein zu kommen wird auch wieder da wird mir es jetzt schon warm du wird mir es jetzt schon warm weil hier schräg und ne das wird alles schön so nimmst du jetzt hier mal ein Grasband bitte danke also nur mit dem Traktor geht was ich mir auch schon überlegt habe den Futter Mischer dann einfach leer zu machen und rein zu schaufeln wäre es ja mehr Arbeit aber Geräte schonender wahrscheinlich die waren doch bestimmt wieder am Hund oder die Rehe so wie ich sie kenne Worschtel wird bestimmt wieder eine leere Schüssel haben müssen wir nachher noch gleich reingucken dass der uns verhungert und hier müssen wir unbedingt darauf achten dass unsere Tiere zu fressen haben denn sonst sterben die uns also die brauchen hier wirklich Futter 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 und da geht hier einiges rein bei den Kühen wir haben nicht viele da haben wir fünf Versen und wir sind immer noch im roten Stroh ist ja meine Frau holt sich gerade hier Grundnahrungsmittel Nummer 1 Kaffee da lacht sie ja Kaffee ist wichtig jetzt haben wir aber Platz hier jetzt können wir auslagern und Stroh wollen wir natürlich auch zack so ist der voll alter Quanz da hinten hier rosa also für meine Frau wäre jetzt lila die Farbe der Wahl aber gut also es ist schade dass man das nicht nur einstellen kann die Farbe zum auslagern das wäre ja hier das Nonplusultra sagen wir es mal so so jetzt hoffen wir mal dass die Mischung einigermaßen passt oder ob wir noch was brauchen müssen wir mal hier unser schlaues Bedienfeld anmachen wir brauchen noch mal krass krass haben wir noch Gott sei Dank haben wir hier noch einiges drin noch dann hauen wir mal 6 Ballen raus geplant ist dass wir hier noch eine zweite Mischung gleich mitmachen soll man noch Luft haben Stroh kann man auch noch Silage ist immer gut jetzt haben wir 4 machen wir 6 kleine Ballen Heu und 4 Ballen Stroh das müssen wir uns noch merken muss ich mir mal aufschreiben hier 6 Stroh 8 Heu und eine große Silage so die nächsten Ballen so wenn wir das dann zu unseren Kühen fahren kann das schön durchmischen aber mit dem Anhänger komme ich hinterm Schweinestall nicht rum aber mit dem Anhänger komme ich hinterm Schweinestall nicht rum so jetzt kommt meine liebste Fahrt Strecke ab zum Füttern Stroh gucke ich das immer am meisten rein kriegt weil es am günstigsten ist falls mal Futter nachkaufen müssen wobei Silage kommt ja noch mal einiges nach aus unserem Silo da sollten wir Glück haben und ja ja so ihr seht es das passt hier alles oh Trigger erreichen ja ihr kriegt gutes Qualitätsfutter läuft schön alles schön rein ja vermehrt euch und vor allem wir brauchen Milch so während hier der Futtermischer leer läuft würde ich sagen soll es das für diese Folge gewesen sein ich freue mich drauf euch in der nächsten Folge wieder zu sehen macht's gut tschüss чем about beim so bei in mult